Hallo, ich habe was vorbereitet zum Lesen, weil ich habe das vor drei Wochen das erste Mal gemacht beim Monsanto Marsch und da habe ich nichts zum Lesen gehabt und ich war ziemlich nervös und jetzt bin ich auch ziemlich nervös. Aber ich habe was zum Lesen da, zum Vorlesen. Dankeschön! Hallo Freunde, mein Name ist Michael. Ich bin 23 Jahre im Sternzeichen Krebs geboren und ich habe den Beruf Koch gelernt. Ich bin vor knapp vier Jahren aufgewacht. Die Dokumentation Zeitgeist hat in mir ein umfassendes Realitätsupdate Programm gestartet. Von daran ging alles sehr schnell. Ich begann mich gesünder und fleischlos zu ernähren. Ich schmiss Geschmacksverstärker, Aspartam und Fluorid aus meinem Speiseplan und war nun fast täglich auf der Suche nach neuen Updates. Am Anfang verstand ich einiges noch nicht und war mir bei manchen Sachen sehr unsicher. Bald jedoch fing ich an, mein Bewusstsein zu erweitern. Dadurch bekam ich wiederum ein mächtiges Update. Mir wurde bewusst, dass es uns möglich ist, unsere Sinne miteinander verschmelzen zu lassen und dadurch entsteht ein neuer Sinn, welcher mir geholfen hat, Zusammenhänge zu verstehen und Informationen zu bekommen, welche mir bis dahin verwehrt blieben. Knapp zwei Jahre verbrachte ich damit, mich zu informieren, mein Bewusstsein zu erweitern und Freunden meine Informationen weiterzugeben. Ich habe jedoch lange Zeit gebraucht, bis mir endgültig klar wurde, dass man grundlegend nur sich selbst ändern kann und nicht andere Menschen. Wo war ich? Ich habe jedoch lange Zeit gebraucht, bis mir endgültig klar wurde, dass man grundlegend nur sich selbst ändern kann und nicht andere Menschen. Und ich denke, das ist auch gut so. Denn wir sind es, denke ich, hier, um Erfahrungen zu machen und uns weiterzuentwickeln. Und jeder von uns muss wahrscheinlich seine eigenen Erfahrungen selbst machen. Ich kam an den Punkt, wo mir bewusst wurde, dass ich, was diese Dimension anbelangt, schon ziemlich viel wusste und die Zeit für mich gekommen war, zu handeln. Okay, die nächsten zwei Sätze habe ich durchgestrichen, weil meine Freundin hat gesagt, das soll ich nicht sagen. Frage! Frage! Okay, ich sag's. Frage! 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 Viel Geld hatte ich nie. Einen Moment. Viel Geld hatte ich nie. Also besorgte ich mir ein paar Addings und ich fing an mit Gegenständen, wo ich mir sicher war, kein schlechtes Gewissen haben zu müssen, gratis Zeitungsentnahmeboxen in Klammer heute und Österreich Botschaften draufzuschreiben. Danke nochmal. Ich liebe euch. Anfangs war das wirklich sehr aufregend für mich, da ich mir damals noch dachte, ich würde den Aufwachprozess in Wien extrem ankurgeln. Doch bald schon wurde mir klar, dass anscheinend die wenigsten Menschen meinen Schmierereien Aufmerksamkeit schenkten. Ich fing an, mit den Menschen in der U-Bahn direkt zu sprechen, was jedoch oft dazu führte, dass ich beleidigt und verspottet wurde. Viel Groll und Frust kam hoch in mir, bis mir bewusst wurde, dass ich ihn selbst heraufbeschworen habe. Denn mit dem ganzen Wissen, das ich mir angeeignet habe, sah ich mich selbst auf einem hohen Ross sitzen und habe instinktiv die Masse der Menschen als kleine dumme Wesen betrachtet. großer Fehler. Denn die Masse ist nicht wirklich dumm, sondern unbewusst gestresst und desinformiert. Dankeschön. Als ich das eingesehen habe, ging ich schon bald ganz anders auf meine Mitmenschen zu. Und siehe da, fast ein jeder, den ich ansprach, fing an mir gut zuzuhören und war auch oft selbst schon gut informiert. Ich bin mir ziemlich sicher, aber Quatsch, ich weiß es, dass schon längst genügend Menschen aufgewacht sind. Wir müssen sie nur erreichen und uns verbünden. Dann werden wir schon bald einsehen, dass wir alles andere als alleine sind. Und bald werden wir Tausende sein, welche für den Frieden singen, meditieren und protestieren. Ich möchte euch noch ein paar motivierende Eindrücke meinerseits vermitteln. Ich besuche regelmäßig Hardcore- und Extreme-Metal-Konzerte. Und in dieser Szene ist das Erwachen gerade unglaublich intensiv. Es gab immer schon gesellschaftskritische Hardcore-Bands. In den letzten Jahren jedoch häuft sich die Zahl von Künstlern in dieser Szene extrem. Und sie singen, schrägstrich brüllen, über Bewusstsein, Meditation, vegane Lebensweise, Liebe. Sie warnen vor Neuzeitkonzentrationslagern, Wettermanipulation, vergifteten Lebensmitteln. Es gibt ein Musikerlabel namens Sumerian Records. Darunter finden sich Bands wie zum Beispiel The Harp Machine, Lower Than Atlantis, Born of Osiris, Vale of Maya oder City in the Sea. Ich selbst kenne an die 30 Bands alleine in diesem Genre, welche über die Themen singen, welche uns hier zusammengeführt haben. Das globale Erwachen ist massiv und oft gerade dort, wo es die meisten am wenigsten erwarten. Die Lions sind an der Tür. Wir sind nicht mehr von Snakes zu nehmen. LOL Das ist ein Musikerlabel. Das ist ein Musikerlabel. Das ist ein Musikerlabel. Wir sind ein Musikerlabel. Das ist ein Musikerlabel. Wir sind